Musik Guten Tag! Ich heiße Pinocchio und bin ein lebendiger Hampelmann. Alles an mir ist das Holz. Der Kopf, die Hände. Ich bin nämlich geschnitzt. Was? Das glaubt ihr nicht? Na, da schaut mal. Da ist die Werkstatt. Da der Hobel, da die Säge und hier die Späne. Und hier auf diesem Tisch, da hat er mich geschnitzt, der Meister Holzspahn. Pinocchio. Oh, das ist ja der Meister Holzspahn. Wo sitzt du wieder? Auf dem Tisch. Und was habe ich dir gesagt? Der Tisch ist nicht zum Sitzen da. Also runter vom Tisch. Aber schnell. Nee, langsam. Sonst kriege ich nämlich Kopfschmerzen. Du bist ein frecher Bengel. Ja, das gefällt mir. Und faul bist du auch. Da ist doch nichts weiter dabei. Und wer faul ist, der bleibt dumm. Das ist doch mir egal. Pinocchio, du gehst jetzt zur Schule. Wohin? Na, zur Schule. Kann ich nicht. Warum? Ich habe kein Lesebuch. Dann kaufe ich dir eins. Aber wer soll das bezahlen? Na, natürlich du. Ich habe doch kein Geld. Also, siehst du selbst, dass ich gar nicht in die Schule gehen kann. Haha. Juhu. Ah, guten Tag, Herr Pinocchio. Guten Tag, wo kommt ihr denn her? Von Meister Holzspahn. Er saß am Fenster und zitterte vor Kälte. Er hatte keine Joppe. Ja. Ich weiß. Morgen kaufe ich ihm eine neue. Du hast ja gar kein Geld. Haha. Sogar sehr viel. Da schaut. Gut, in meiner Hosentasche habe ich fünf Goldstücke. Fünf Goldstücke? Die nehmen wir ihm ab. Das machen wir. Fünf Goldstücke sind nur 100 Mark. Na, ich habe aber nicht mehr. Willst du nicht lieber 1.000? Oder 10.000? Oder 100.000 Mark haben? Oder noch viel mehr? Und ich sage dir, Jäger, treffe ich den Hirsch heute nicht, werfe ich dich in den Turm. Nur Geduld, Herr König. Er kommt. Der Hirsch muss kommen. Bei Wasser und Brot lasse ich dich verfaulen, Kerl. Wenn uns... Psst, Herr König, es hat geraschelt. Ein feiner Hirsch. Das muss ich ja sagen. Was willst du hier, verdammter Töpel? Wer bist du? Wohin gehst du? Die Antwort sonst! Nicht so hitzig, Freund. Und wie soll ich so viele Fragen beantworten mit einem Loch im Fell? Ich bin Hans, gehe zum Schloss und will des Königs Tochter heiraten. Ich rieche, ich rieche Menschenfleisch. Dummer Teufel, immer hast du Menschenfleisch in der Nase. Ich habe eben gekehrt und du wirfst alles durcheinander. Komm her, Grießbrei habe ich für dich gekocht. Ah, Grießbrei, mein Leibgericht. Leg dich jetzt nieder und lass dir den Kopf kraulen. Bis das Essen gar ist. Ja, ich rieche. Ja, ich rieche.